Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, ich bin ganz anders, in ganz anders, wie ihr gerade da eben schon gesehen habt. Ich bin bei einem Pferd. Ja, ich bin bei meiner Reitbeteiligung. Ihr habt ja auch schon draußen alles und ich möchte euch gerne mal vorstellen. Das ist die Bildungssimmer. Bild nur. Und ich stelle euch auch nachher die ganzen Pferde vor. Das ist Cheyenne sein Sattel. Cheyenne sein zweiter Sattel. Tigris-Western-Sattel. Tigris-Fell-Sattel. Das Belissimars-Western-Sattel, also den ich reite. Und den Englisch-Sattel, den reite ich meistens, außer auf den Turnieren. Dann nehme ich den. Hier. Wir lesen mal das ganzes Zeug von Gebissen und Doppelgebrochenen und Wassertrennen und Dreieckszügel und alles. Hier ist auch ein Resetbum. Bestärkung. Das ist ein Mensch. Und hier ist alles drin. Futter. Den kann man auch reinsehen, das ist so Grasheu oder was das ist. Das riecht auch so grasig. Hier. Erstmal immer als Reiter braucht der Leckerlis. Wir lassen lauschen und alles drin. Hier ist das Ganze von Cheyenne. Und hier ist das Ganze vom Tigris. Und Cheyenne nimmt Tigris und dann fehlt mir noch Belissimars. So. Das Tigris-Zeug. Und dann fehlt mir das Cheyennes-Zeug. Ich weiß bloß nicht, wo es ist. So. Ich gehe jetzt mal zu den anderen Pferden, die mir nicht gehören. Obwohl ich keine Reibbezirkung drauf habe. Tür auf. Und die... So. Hier ist der Tigris. Tigris. Schau mal, Tigris. Achtung, Tigris. Ich bin da. Er ist ganz staubig, ganz eng gestaubt. Oh, Tigris. Ja, das Tigris ist ein riesiges Pferd. Das ist nichts am Essen, du dummer. Weißt, der Tigris, der ist riesig. Der ist großartig. Ja. Ja. Lass mich da mal da verweilen, lass mich mal da verweilen. Zum Cheyenne. Oh, der hat ja mal die Wochen einen Sandbad, glaube ich. Ja, das kann schon staubig. Cheyenne. Ja. Nehme mich jetzt bloß hier ganz an. Es könnte sein, dass ich ihn hier auch noch erputze. Ihn vielleicht noch auch. Und drauf an, wie viel Zeit ich noch habe. So, jetzt gehe ich mal aus dem Ganzen raus. Hier. Hier ist es zu. Hier ist es zu. So, hier habe ich alles. Ja, genau. Und jetzt kommt das Beste am Alm. Wie ich laufe draußen. Hier ist schon so ein Fischdruck. Sein Pferd. Ist kein Futter. Und ich habe auch den nicht dieartige Kommando gegeben. Hier ist die Billisma. Schön geschwarzes Pferd. Würde ich sagen. Schön schwarzes Pferd für mein Geburtstag. Und hier noch ganz wenig weiß. Hier haben wir den Kopf. Der Kopf ist klein. Ja. Schau mal nach unten, bis jetzt mal. Ich habe auch gar nichts dabei gehabt. Das ist ein Handy. Schau mal nach unten, bis jetzt mal. Ist ja für die Beste. Und auch wenn ihr mir was zum Üben gebt, kann ich es auch mal machen. Also ich kann auch mal gern schauen, dass ich hier irgendwas beibringen und so. Und ich zeige euch jetzt mal den Englisch Shuttle auf ihr. Den Western-Sattel machen nicht. Nur den Englisch Shuttle mache ich. Und vielleicht noch das Pad vom von dem äh Das ist hier gut. So, ich tue mal den Englisch Shuttle drauf. Und dann komme ich wieder an. Ich will bloß sagen, ich habe ich nicht ganz drauf gemacht. Weil ich zu faul bin. Was? Hier pink. So, schwarz ist gut. Pink ist schwarz. Einmal überschlagen beim Mord. Ähm, hier. Ähm, hier. Ganz schön pink, schwarz, geht doch. Und ein schöner Sattel. Auch gut vom ähm, Ding her. Von diesen Pult da. Pult da, keine Ahnung. Ähm, Sattel hat gute Sitzung. Und ist gut. Ist dann. Ähm, ist natürlich bloß noch den Ding drauf. Die, wie heißt's? Wie heißt's? Ich hab's vergessen. Genau. Die Decke für den Longstreetrad. Mehr machen nicht mehr. Hier habe ich auch wieder nur die Decke drauf. Hier. Top weg. Ich finde, das passt jetzt nicht so. Aber ich kaufe eh bald neu. Und so. So. Timm. Ich lege jetzt auch bald die Kette, äh, die Decke drauf. Aber ich denke, dass sie nicht so friert. Dann muss ich das rechnen und dann sehen wir uns wieder. So. Ja. Bis jetzt sieht es nicht auch so schön aus, weil blau hier nicht so steht. Finde ich. Genau. Und das war's auch schon mit meinem Video. Ähm. Und genau. Ich wollte noch sagen. Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau. Falls ihr irgendeine Post schicken wollt, oder so, ähm, steht unten in der Videobeschreibung. Okay. Und auch zu meinen anderen Videos. Zu einem anderen Video von mir ist ein Link da. Da könnt ihr dann auch wieder draufklicken in der Beschreibung. Und, ja. Päckchen könnt ihr natürlich auch immer schicken. Wir freuen uns auch immer über Leckerlis. Gell? Leckerlis. Ja, das schauen wir uns dann gleich. Das ist kein Leckerli, Süße. Das ist kein Leckerli. Genau. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Und sozusagen, Ciao. Tschüss.